Jedes Unternehmen, das als Verantwortlicher personenbezogene Daten verarbeitet, kann mit Auskunftsbegehren konfrontiert werden. Welche Ansprüche die betroffenen Personen haben und wie sie am besten damit umgehen, erkläre ich Ihnen heute. Mein Name ist Anna Wiesinger und ich bin Wirtschaftsjuristin bei Spirit Legal. Jeder Unternehmer muss ein geeignetes System finden, wie er Auskunftsbegehren gesetzeskonform und effektiv beantwortet. Dies muss er auch in der Personalplanung berücksichtigen. Denn bei wiederholter, nicht fristgerechter Beantwortung von Auskunftsbegehren können ihm auch Geldbußen drohen. Durch die Datenschutzgrundverordnung ist der Umfang der Auskunft der betroffenen Personen erweitert worden. Sie haben Anspruch auf Informationen wie, welche Daten werden verarbeitet. Werden etwa auch sensible Daten verarbeitet? Wer bekommt meine Daten? Also hier können auch Empfänger von Kategorien angegeben werden. Wie lange werden die Daten gespeichert? Habe ich vielleicht auch ein Recht auf Berichtigung, Einschränkung und Löschung meiner verarbeiteten Daten? Und welches Recht steht mir hinsichtlich der Aufsichtsbehörde zu? Des Weiteren wurde durch die Datenschutzgrundverordnung die Konkretisierungspflicht abgeschafft. Das bedeutet, die betroffene Person muss nicht mehr genau die Bearbeitungstätigkeit angeben, auf die sich ihr Auskunftsbegehren bezieht. Der Verantwortliche kann auch dieses Auskunftsbegehren nicht aufgrund dieser Begründung zurückweisen. Grundsätzlich hat der Verantwortliche keine Verweigerungsgründe, warum das ihr ein Auskunftsbegehren nicht beantwortet. Mein Tipp ist aber, bevor Sie inhaltlich auf ein Auskunftsbegehren näher eingehen, prüfen Sie die Identität des auskunftssuchenden Betroffenen. Gerade im Bereich von Online-Diensten ist dies besonders wichtig. Wie lange habe ich nun Zeit als Unternehmer, dass ich auf ein Auskunftsbegehren beantworte? Die Frist liegt hier bei einem Monat. Eine Fristverlängerung ist natürlich möglich, es muss aber eine dementsprechende Begründung abgegeben werden. So nun stellt sich natürlich auch die Frage, in welcher Form ich ein Auskunftsbegehren beantworten soll. Hier ist natürlich Schriftlichkeit verlangt, aber durch die Datenschutzgrundverordnung kann dies auch auf elektronischem Weg passieren. Wenn Sie das Thema Datenschutz mehr interessiert, können Sie uns gerne auf unserem Blog spiritlegal.com besuchen.